But why? Deine 40 x 40 mm geben Sicherheit. Okay. Tag Leute! Prost! Schön, dass ich wieder da bin. Naja. Sind ja auch wilde Zeiten. Ob Instagram hat Bibi jetzt entdeckt, dass sie Brüste hat und man die auch fotografieren kann. Hast du erstmal die Größe gesehen? Und dann gab's ja noch das andere. Affenpocken. 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 Weißbrot. Mensch, was der Gates sich immer ausdenkt. Manche freut es ja. Leute! Die Affenpocken sind da! Ich bin ein Faschist! Die furchtbaren Ereignisse der letzten Tage mal ausgeklammert. Aber naja, ich kann auch nur für eindimensionale Ablenkung sorgen. Aber ich kann für was sorgen. Cool. Für nur einen Daumen nach oben, Baby. Na gut, dass da die Tage ein brandneues Backrooms-Game rausgekommen ist. Ja, Backrooms kennt man ja noch. Die beliebtesten Büroräume, seit es gelbe Wandtapete gibt. Und jetzt ganz neu am Start, dürfen wir begrüßen The Backrooms 1998. Lang ersehnder Nachfolger von berühmt-berüchtigten Szene-Klassiker The Backrooms 1997. Eigentlich sollte jedes Jahr eins released werden. Gut, die hängen ein bisschen hinterher, wie man sieht. Ja. Aber es dauert natürlich alles Entwicklungszeit. Wir können das durchaus verzeihen. Und ich würde sagen, wir schauen da jetzt mal rein. Die Entwickler haben mir einen Key angeboten. Ich habe es selber gekauft. Ihr wisst, ich unterstütze die Indie-Szene. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das Game soll komplett durchgeknallt sein. Also, ja. Das passt auf jeden Fall auf den Channel. Es ist eine Art glorifiziertes Survival-Horror-Game im Stile eines Room Escape-Spiels. Interessant. Wir sollen alle Pfade und Ecken abchecken, um alle Items zusammenzusuchen, die uns weiterbringen und die Story enthüllen, wie wir im Endeffekt da gelandet sind. Die meisten Leute wahrscheinlich, indem sie bei Steam auf Spielen gedrückt haben. Aber gut, ich will noch nicht so viel spoilern. Ähm, manchmal sind es nicht Schatten, die du siehst, sondern irgendetwas lauert darin. Natürlich kann man sich verstecken, beispielsweise in Schließschränken. Okay. Sehr gut. Klingt interessant. Das ist die Early Access Version. Ich werde das also wahrscheinlich nicht durchspielen. Ich werde nur mal kurz reindippen und mir das mal angucken. So, Load Tapes. Ich habe das Ding gerade installiert. Ich habe keinen Plan, warum hier Speicherstände sind. Ich schwöre bei Gott. Ich nehme mal den, den letzten. Ich weiß nicht, ob da irgendwas versteckt ist, oder... Initializing Tape. It can hear you from... what? If you hear footsteps? Oh nein. Footsteps und irgendwas hört mich, ist schon mal eine blöde Kombination. Ah, 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 ah. So. Na, mal sehen. Footsteps! Da ist... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist ein Schrank. Ah! Was zum Schinto ist das? Die Just benutzt mein Mic. Alter, pssst. Wir müssen ganz... leise sein. Mein Gott. What? Help me! Autsch, 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 mein Nacken, mein Nacken, mein Nacken, mein Nacken. Du kannst nicht crawlen, ne? Du kannst nicht crouchen. Aha! Du Lusche! Was ist das denn, Alter? Sieht aus wie aus Pokémon. Sag Zähniger! Ich will hier raus. Ich wünschte das nicht. Das Ding ist ja vollkommen verrückt geworden. Alright. Ne, ist schon... Schon okay. Was zum Teufel ist das? Medizin? Dankeschön. Hier brauche ich einiges davon. Oh Gott. Oh. Boah. Ich hoffe... Ich hoffe, hier geht's weiter. Ich, äh... Ich hab keinen Plan... Keinen Plan. Ich darf halt nicht so laut sein. Ach, das ist ja das Beste. Das kann hier überhaupt besonders gut. Oh Gott. 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 Ich weiß nicht was hier los ist. Ich hab Angst. Ich darf nur flüstern. I'm sorry. Was denn? Ich meine, was denn? Es kommt. Es kommt. Crouch, Crouch! Oh, halt so. Oh, die Schwitze wie ein Schwein. Was ist das für eine kranke Scheiße hier? Ich weiß gar nicht, was passiert. Was ich tun muss. Gut, ich gehe mal wieder zurück. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben da irgendwie was verpasst. Ich habe bis jetzt bloß Medizin gefunden, was wahrscheinlich Heilung bedeutet. Oh Gott. Oh Gott, ich muss da hin. What the fuck? Was ist denn... Goddammit! Leck mich am Arsch! Okay, es ist da. Was ist denn los hier? Ich weiß gar nicht, was abgeht. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Oh Gott! Meine Güte, Alter! Was machen Sachen? Das ist wie ein ganz großer Karnevalsumzuriertes Spiel. Ich will zu dem Schrank. Ich will auch bloß zu dem Schrank. Boah, Alter! Was für ein Spiel! Was machen die denn in letzter Zeit? Ey, meine Fresse! Ich dachte, das wäre hier so ein semi-trashiges Indie-Ding. Nee, Alter! Das ist die Mona Lisa unter den Jumpscares. Was zum Arsch! 19. September 1998. Da waren 99% meiner Fanbase noch nicht geboren. Get fucked. Kommt's oder geht's weg? Man weiß es nicht. Man will es auch gar nicht herausfinden. Weil die Antwort das letzte sein könnte. Äh, ich meine das erste. Also es kommt. Oh, was haben wir da? Batterie! Medizin! Na toll! Ist hier wie ein, äh, irgendwie Safe-Rehal? Kommt das Ding hier nicht rein? Dann wäre da kein Locker. Oh, Mann. Ich muss hier raus, Alter. Ich schaff das nicht, ne? Mein Herz. Meine Nachbarn. Meine Reputation, Alter. Ach, halt's im Auge. Ich geh mal weiter. Wehe, wehe. Du machst wieder dieses Swoosh-Ding. Nee, machst du nicht. Alles klar. Das Ding ist auch überall am Start, ne? Äh. Hier ist ein Pfeil. Oh, Mann. Oh, ein Pool. Oh, Gott. Da will ich nicht baden. Da will ich dazu gar nicht baden. Nein, will ich nicht. Ich hab irgendwie das Gefühl, es kommt hinter mir her. Ja, ich geh ja schon. Ich hab null Plan, was ich hier mach. Ich höre schreie in der Dunkelheit. Ach, du Scheiße, ey. Wie soll man sich denn hier zurechtfinden? Was machst du für Sachen? I see you. Sometimes the things you say in the shadows are more than just shadows. Cool, Digga. Danke, schwarz gekritzeltes Loch. Manchmal sind die Dinge, die nur im Schatten siehst, nicht Schatten. Ach so. Kurios. Danke für diesen Raum. Ich meine, ich werde mich jetzt darin zurückziehen. Zum Glück ist hier noch ein Zimmer frei. Oh, Gott. Ja. Scheiße. Komm, das will mich schnappen, Alter. Das will mich... Du bist hier in meinem Nacken vorbei. Mama. Digga, ich muss den Scheiß gleich ausmachen, ne? Ich schaff das nicht. Okay. Das Ding wird zum Glück nicht allzu sehr von meinem Gequassel angezogen. Hoffe ich. Aber ich glaube, es bleibt immer in der Nähe. Oh, Mann. Soll ich durch den Pool? Ich will, ne? Obwohl ich ein bisschen wissen möchte, was passiert. Hier, das Knarzt, das lockt das Ding an. Ich glaube, solange mein Geräuschpegel nicht im roten Bereich ist, bin ich halbwegs safe, gehört zu werden. Halt's Maul. Halt's Maul. Guck, guck nicht so, Alter. Ich kenne so Leute wie dich. Oh, nein. Da ist ein Pfeil. Oh, Gott. Dammit. Ja, Schufferstamm. Entschuldig, die Damen. Da rein? Durch die Ritze? Oh, mit Vergnügen. Oh, grüß dich. Was will mir das sagen? Oh, hi. Wow. Surprise, Booty. Und jetzt? Ticker! Was denn? Was hieß denn da Schönes? Außer mich kommen. Jo, ich habe überhaupt keinen Plan, was ich machen soll. Ich irre hier umher, aber... Wait, die hatten... Die hatten eben noch Köpfe, die... Ich schwöre. Ich schwöre bei Gott. Ah, auf Gott. Ich darf hier nicht raus, ne? Au! Jo, fickt euch alle. Was ist denn hier los, ey? Oh. Mein Gott. Ich darf mich noch nicht mal lautstark aufregen. Regen. Also mit Effekten hat man hier auf jeden Fall nicht gespart. Ich glaube, ich bin nicht mehr allzu gesund. Sollte ich mal... Warte mal. Ich gehe mal hier rein. Machen wir die Tür zu. Es kommt. Es kommt. Oh. What? What? Wie habe ich das alles? Huuuui! Au! Ich komme hier nicht raus. Au! Ich komme hier nicht raus! Aaaaaaah! Alter, die haben eine Macke! Das gibt's... Was zum... Was zum Arsch, ey! Dieses Game! Ich weiß nicht, was die machen sollen. Meine Güte! Ich... Ey! Ich fange jetzt nochmal komplett von vorne an. Vielleicht bin ich dann nicht direkt in diesem ganzen Schlamassel. Wobei... Also... Wenn ich raten dürfte, würde ich sagen, ich fange ungefähr genauso mies an. Aber... Ich starte mal ein neues Spiel. Mal schauen. Vielleicht werde ich dann ganz sanft eingeführt. Oder Dinge werden sanfter in mich eingeführt. Mal schauen. Boah, ist das hart! Oh Gott. Fängt es mit dem Video an? Also mit nehm... Mit einer Sequenz? Oh, ja. Es soll ja die Geschichte erzählen, wie ich da hingekommen bin. Richtig? Das lief unten in dem Fernseher im... Im... Im Menü. Und wir sind jetzt rollen. Nice one, Drake. Einfach ein... Zusammenschnitt von privaten Aufnahmen und so. Aber in so einem Kontext ist das natürlich immer unangenehm. Come on, man. Do something cool. You wanna be famous, right? Oh yeah, Drake! Krass. Warte mal, gleich passiert's. Der fällt durch irgendeine Lücke. Okay, dann müssen wir... Die weißen Schuhe, das bin ich! Das musst du sein. Das ist ein Hinweis. Oh, shit! Alter. Backrooms 1998. Okay. Oh ja, definitiv. Ihr seht's. Die ganzen Käfer sind mit mir gefangen hier. Ich hab keinen Plan, wo ich gelandet bin. Ich meine... Hello? Wow, das ist übelst solide gemacht. Meine Güte. Find a way out in a escape. I'm trying. Angle hat. Pocket flashlight. Flashlight. Äh, eins to use flashlight. Oh. Nice. Ah, da geht natürlich die Batterie alle. Ich benutze es mal nicht, weil das Game ist relativ hell. Zumindest kann man das einstellen, schätze ich. Aber eventuell geht ja irgendwann das Licht aus oder so. Oh, ich hab gar nicht gewusst, dass der Voice Lines hat. Oh, oh. Ich kann die... Ah. Ich kann die grabben. Okay, das ist ja interessant. Das heißt, ich kann mir nicht nur einen Weg freiräumen. Ich kann mir auch hier Hello Neighbor Style... Irgendwelche... Ihr habt eine E-Mail, Leute. Irgendwelche Aufgänge bauten. Paint Mode. Stand close to a wall. Wie jetzt Paint... Ich hab eine Spraydose mit. Press... Wait. Spray Paint. Hä? Ich hab aber nichts. Oder wie... Wie... Wie close soll ich... Wo soll ich stehen? Ich hab ja keine Spraydose. Ja, toll. Vielleicht... Find ich die gleich noch. Moment mal. Oh, was haben wir hier? Ein Brecheisen. Sehr gut. Damit kann ich das... Ähm... Diese Barrikaden da... Wegräumen. Ich hab aber hier so eine Art Icon für eine Spraydose. Hab ich recht? Ich hab das... Ich hab das scheinbar nicht mit. Meine Kamera blockiert jetzt so... So eine Anzeige für... Was ich glaub halt so Spray Paint ist. Nee. Rechter Maus... Rechter Maus-Button ist es auch nicht. Aber linker macht halt nichts an der Wand. Lass mal schauen. Ich weiß nicht. Ich komm... Ich komm auf jeden Fall hier rein. Ich hab keine Ahnung, ob ich die... Ah! Das... Das macht's automatisch sehr gut. Also nicht wirklich Item Management. Das macht's aber... Für mich alles ein bisschen einfacher und intuitiver. Ich könnte die Wand besprühen. Um Wege zu markieren. Richtig? Your dirty footprints leave a trail. Oh, aber ganz fend. Ganz schwach. Damn. Doors lock needs a key in order to open. Vielleicht einen roten Schlüssel oder so. Gut. Zum Glück können wir jetzt hier ein bisschen Story spielen. Das hat mir auf jeden Fall gefehlt. Weil ich hab das Gefühl... Da war was. Habt ihr das gesehen? Ach du Scheiße. Dieser Effekt macht's halt auch nicht besser, ne? Crouch down. Ich will aber das Ding da oben. Kann ich das irgendwie umkippen? Kann ich vielleicht die Boxen holen? Hör auf, Alter! Der hat gepiffen. Mit Leertaste nicht gesprungen. Das ist ja fies. Was? Oh, come on, dude. Okay, die Boxenstapeln nützen mir nichts, weil ich kann nicht jumpen. Vielleicht kommt was. Ich muss mich hier verstecken, ne? Sometimes... Items can also be interacted with. Aber was denn? Das Radio hier zum Beispiel? Examine. Oh, Gott. Ist da was dahinter? Read. Little Timmy, wenn hier was jahrelang, was das favorite Jacket after eating is favorite lunch. Fried chicken, so happy, love you. Oh, ja. Oh, little... Little Timmy, ha? Little Timmy. Ich muss jetzt ganz schnell ins Bett. Radio. Kann man da irgendwas rausnehmen? Batterien oder so? Das könnte ich mir ja zumindest vorstellen. Aber okay, wir... Wir können hier zumindest nichts dran finden, aber... Wir haben halt gelernt, wonach wir suchen müssen. Eventuell ist vielleicht ein Key auch irgendwo... Hinter einem Bild mal versteckt oder so. Oh, nein. Jigsaw, bist du's? Bitte nicht. Oh. Oh, mir inventory pressing tab. Kann ich das aufnehmen? Ich will das aber nicht mitnehmen. Ich kann's... Ugh. Strange Fetus Doll. Ich bin cool. Danke. Zum Glück kann ich das nicht einstecken. Ah. Ist klar. Steht da wer? Ah, da steht wer. Oh Gott. Was ist das für eine komische Deutschlandfahne hier? Immer zwischendurch. Seht ihr das? Hi. Thanks for the boobies. Ich weiß nicht, was passiert. Ich hab keinen Plan, wohin mich das führt. Aber ich weiß, in allzu großer Gefahr bin ich... Bin ich zumindest noch nicht. Reißt euch alle zusammen, ne? Ah, ha, ha. Ihhh. Das ist so ein... Toy Story Sit-Scheiß, ne? Bitte trete dich nicht um. Bitte. Bitte trete dich nicht um, Alter. Oh Gott. Das wär's jetzt gewesen. Ich hätt's auch ein bisschen gefeiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh. Oh, ein Doki. Das heißt, ich muss zurück. Das Ding ist umgedreht. Das Ding ist so... Oh, Scheiße. Okay. Gut. Hätt man das geklärt. Verdammt nochmal. Nicht das, was ich erwartet hab, aber... Ist irgendwas ausgebrochen. Ist irgendwas... Ist irgendwas unterwegs. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Flashlight. Oh, ach so. Wait. Ne, ich kann immer noch nichts sprayen. Wie war das mit der Taschenlampe? Ich weiß nicht. Lass einfach mal dunkel wegen der Atmosphäre. Ha! Ha! Okay. Ja, mach mir mal, Alter. Zentralmeeting der Stühle, Dingau. Was ist hier los? Ich bin einfach zu blöd. Okay, das war süß. Das war was Niedliches. Hey! Lass dich deine Fetuspuppen hier überall rumlegen. Mag ich nicht. Ich dachte, wer hätte das jetzt genommen? Ich glaub doch wesentlich schneller hier von A nach B, muss ich sagen. Oder ich sollte das... Wenn ich das Dreirad fahren könnte, wäre das das geilste Spiel ever. Oh, genau. Kleiner Timmy. Kleiner Timmy, wirst du's? Ha! Autsch! Das mit dem Schrank hätte sich zu ihm von selber erledigt. Sehr gut. Wo warten die jetzt? Diese verkackte Tür? Ich will hier raus. Haha, da ist sie. Okay. Oh Gott! Was ist das? Was ist von hier? Ein blutiger Pfeil. Ein blutiger Pfeil. Da läuft was lang. Nee, das ist bloß... Das ist Nebel. Was ist das denn? Black Spray Paint Gun. Oh. Kann ich jetzt... F while standing on any wall to use Spray Gun. Hä? Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ist auch egal. Oh! War ich das... Nein, das war ich nicht. Don't make a sound. It can hear you. But no eyes. Okay. Es kann mich nicht sehen, aber es kann mich hören. Ja, hinter der Tür hat es mich aber sehr gut gefunden. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Gott. Hide. Watch for... Blablabla. Close doors. Okay. Ich verstehe. Es kommt, ne? Da durch die Tür oder hier weiter? Ich bin mir nicht sicher. Wie kann ich mal... Haha. Okay, schon besetzt. Durchsneaken, würde ich sagen. What the hell? Das ist jetzt wahrscheinlich die Frage, ne? Wo ich landen muss. Das bleibt mir überlassen. Ich weiß nicht, was das war. I'm sorry. Ich war es nicht. Stepping on Piles, Glasses. Ja, ja. Das habe ich schon rausgefunden. Das macht Geräusche. Oh, halt das Maul. Bitte sei nicht so laut. Peak left and right. R und T. Okay, ich kann hinter Ecken hier vorgucken. Beziehungsweise, das ist checkt. Guys. Ich liebe es. Scheiße. Du denkst, das ist lustig? Ja. Okay. Äh, R, ne? Das ist ja eine komische Tastenbelegung, aber... Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Q&E wäre geil. Ich kann das gar nicht erkennen, was hier im Dunkeln auf mich... Drake? William? Anyone? Ich sehe dich. Hinter mir. Nee. Nicht hinter mir? Aber irgendwas geschieht jetzt, ne? Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe auch keinen Stamina-Balken. Ich würde das mega einteilen. Was zur Hölle? Sagte er und rannte weiter. Timmy! Steht der da? Da steht irgendwas. Ich sehe dich immer noch. Ja, cool. Digga, was ist das für ein Game. Das ist aber krass gemacht, ne? Also, muss man ja mal sagen. So ein kleines Indie-Ding. Echt beeindruckend. Ich finde das sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich das jemals durchspielen kann, weil... Ich werde halt so die Orientierung verlieren. Aber meine Güte. Ist es gut. Oh, ja. Da ist eine Tür noch. Ich weiß, es sieht aus wie eine Falle. Ey, oh, Mann. Ich muss da durch. Ich habe keine Wahl. Ich muss die Falle aktivieren. Äh, wait. Warte mal. Das war die Tür, die gerade gezeichnet war. Das ist das Gleiche. Oh, das ist gut. Das ist clever. Ah. Ich habe mich fast ein bisschen erschrocken. Es wäre beinahe peinlich geworden. All right. Aber was erwartet mich am Ende des Ganges? Eine Wand. Wer hätte es gedacht? Nee, gehe ich jetzt zurück? Also, ich bin jetzt wieder raus. This place is fucked up. Oh, Gott. Ich muss jetzt hier rauskommen. Ich bin gar nicht mehr sicher, wo. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich reingehe. Das war hier nicht. Hier war... Hier. Warte mal. Doch, doch, hier war ich. Hier kann ich reingehen. Augenblick mal. Oh, hier ist ein Fernseher. Saving. Oh, da kann man noch was speichern. Ah, right. Okay. Gut, ich verstehe das. Aber wo nun hin im Endeffekt? Hier lang. Ich glaube, das gab es vorher noch nicht, oder? Oh nein, hier war ich definitiv nicht. Ich könnte mich daran erinnern. Ich kann die Dinger abmachen, ich habe immer noch meinen Brecheisen. Komm, 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 schneller. Oh, schön. Danke für diesen Raum. Hier ist wahrscheinlich auch komplett sinnlos, ne? Aber warum? Ah! Fuck! Oh Gott! Ich will nicht mehr. Ich will mich verstecken. Ich habe keine Augen. Jetzt kann ich sehen, dass ich hier reinkomme. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter! Das ist doch der kleine Termin, ne? Das ist doch noch diesen gelben... Das gelbe T-Shirt an. Agrophon-Input ist now enabled. Okay, jetzt. Es rennt weg. Oh, Digger. Zum Glück habe ich da einen Speicherpunkt gehabt. The arrows can guide you. Follow the blood trail. Okay, okay, okay. Ich habe schon Objectives. Das ist alles nicht... Du wirst nicht ganz hier ins Kalte geschmissen. Oh, hier ist ein Fernseher. Hier kann ich speichern. Alright. Saving. Was für ein geiles Spiel, ey. Meine Fresse. Okay, ich muss es abbrechen. Das überwältigt mich. Krass, ich schaffe das nicht, noch eine halbe Stunde hier auszuhalten. Das finde ich wirklich heftig, ey. Boah. Okay. Dankeschön, liebe Leute, fürs Zuschauen. Wir schauen da bestimmt nochmal rein. Finde ich wahnsinnig interessant. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so kompliziert, wie ich denke. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und, äh, ja, jetzt habe ich mein eigenes Savegame hier, ne? Ja, genau. Genau. Das ist alles von heute. Wie gesagt, für die anderen bin ich nicht verantwortlich. Eventuell bringt es uns näher an das Ende oder so, weil wir da schon sehr viele Items haben. Äh, ich habe keine Ahnung, äh, warum das da ist und wie sich das hier so ergibt und, äh, ob man hier rauskommt oder was das Ende sein soll. Wie gesagt, ist ja noch Early Access. Aber, äh, ich bin gespannt. Lass gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Und, äh, ich bin gespannt.